Hallo Leute, willkommen zu einem Video. Heute sehen wir die Kätzchen und nur zwei, weil der eine schläft. Die sind heute zwei Wochen alt und haben schon ihre Augen gut geöffnet. Hier sieht man das gleich. Hier. Hier sieht man die Kätzchen aus, dass sie die Kätzchen sehr liebt und wenn sie sie irgendwo miauen hört, dann kommt sie direkt her und putzt sie. Und wenn sie bei der Mutter trinken, schnurren sie auch oft. Und dann kommt sie direkt. sie können doch schon ganz gut laufen und sind sehr neugierig sie trinken jetzt noch bei der mutter oder kämpfen und gehen dann wieder ins häuschen das war's dann mit dem video und tschüss